Servus, liebe Freunde der gepflegten Warthorn-Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder Schlag auf Schlag zum kommenden Update. Gestern am frühen Abend hat Gaijin einen Teaser-Trailer rausgebracht. Und wir wissen jetzt auch, wie das Update heißt. Ihr könnt es oben links schon lesen. Ground-Breaking und dieses Ground-Breaking, ihr werdet es gleich sehen, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, was das bedeutet. Ich werde jetzt mal darauf reagieren. Ich habe den Trailer natürlich schon gesehen, aber es sind einige Schmankerl dabei, die euch wirklich freuen werden. Richtig schöne Sachen. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Also es geht hier tatsächlich schon los. Im Hintergrund, hinter dem Logo, sehen wir hier schon einen Schiffswrack in der Wüste, was tatsächlich schon auf eine neue Karte hinweist. Aber wir starten mal. Und hier sehen wir es auch schon. Sieht so aus wie ein Mix aus Wüste und halt eben Ruinenstadt. Ist halt eben die Frage, ob man hier in dieser Wüste halt spielen kann oder ob sich der Hauptkampf in der Stadt irgendwie abspielt. Ich hoffe ja mal, dass es so ein Mix aus beidem ist. Hier noch so ein Platz. könnte irgendwas im nahen oder fernen Osten sein, wo man jetzt auch hier die britischen Flieger sieht. Avris kennen wir schon. So und jetzt kommt das Erste, wo ihr das schon sehen könnt. Die Avris können endlich, unter anderem die Avris, können endlich ihre Räumschilder benutzen und deswegen auch der Titel Groundbreaking. Ja, vorher waren die Räumschilder ja immer nur, beziehungsweise diese Schaufeln halt immer nur, ja, einfach nur Deko sozusagen. Galten ein bisschen als Spaced Armor, aber jetzt sind sie dann endlich verwendbar. Und ihr wisst auch schon, für was? Dafür nämlich. Für Terraforming und das ist ziemlich geil. Das finde ich ziemlich, das finde ich sehr, sehr cool. Wenn ihr euch das mal anschaut. Gut, sieht jetzt natürlich noch ein bisschen komisch aus. Aber wenn ihr euch das anschaut. So, britische Centurion Mark 10 Panzer. Die sich hier jetzt in die Stellungen bewegen. Und das ist natürlich ein Punkt, der ist für einen Panzerkampf auch, ja, ziemlich wichtig, klar, eine Deckung zu haben. Obwohl natürlich in der, ja, in den Regeln des Panzerkampfes es auch immer heißt, Wirkung vor Deckung. Das heißt, bevor ich mir irgendwie eine Deckung suche und aber die Möglichkeit habe, auf den Gegner zu wirken, lasse ich die Deckung halt weg und wirke auf den Gegner. Wenn ich natürlich Vorbereitungszeit habe und wie hier in dieser Szene zu sehen auch Panzer habe, die mir eine Deckung bauen können oder ich eben auch Zugriff auf Pioniere habe, die die Möglichkeit haben, mir hier eine Deckung aufzuschütten, dann nutze ich das natürlich auch, weil so steht mein Panzer nicht komplett nackt in der Botanik rum, in diesem Fall hier in der Wüste, sondern ich habe zumindest eine Möglichkeit, mich teilgedeckt hier hinzustellen und nur meinen Turm rausgucken zu lassen. Und dass das jetzt im Spiel geht, ist ziemlich cool. Und da habt ihr es eben gerade gesehen, da standen sie gerade drin. So, da kommen feindliche T-62. Schöner Feuerüberfall. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob hier neue Effekte auch mit drin sind. Ich weiß es jetzt nicht genau. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. So, und hier seht ihr es auch, dass die Granaten hier da vorne von den T-62ern hier in die Deckung einschlagen. Das ist natürlich sehr cool, wenn man sich sowas selber dann bauen kann. So, und hier sehen wir auch das nächste. Also die Bomben haben ja bisher nie solche Riesenkrater hinterlassen. Und wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, wie dieses Panzerwrack, wie tief der hier eigentlich drin steht und dieses Panzerwrack hier links auch, dann ist das natürlich schon eine ziemlich coole Sache. Vor allen Dingen, wenn diese Krater dann auch je nach Bombengröße so tief sind. Also, wenn dann eine Bombe von einer PE-8 fällt, dann, ja, wird das ganz schön wehtun und wird, glaube ich, einen ziemlich großen Krater geben, je nachdem, wo sie dann einschlägt. Aber der große Vorteil, den ich hier auch sehe, wenn wir dann so einen Krater haben, man kann sich ja mit seinem eigenen Panzer dann da auch noch mit reinstellen und je nachdem, wie hoch der Panzer bzw. wie hoch der Turm ist, hat man eben wieder eine natürliche Deckung. Sprich, also man kann hier wieder teilgedeckt bzw. hull down stehen. Und das sieht zumindest hier auf dem Bild schon mal sehr gut aus. Da seht ihr es, wie tief die drin stecken. So, ich weiß nicht, ob das eine neue Schiffsklasse ist oder ein neues Schiffsmodell oder es hier einfach auch nur um die Effekte des Wassers geht. So, das hier sieht jetzt erstmal so auf den ersten Blick ja eigentlich wie ein Dardo aus. Zumindest habe ich das beim ersten Hinsehen so interpretiert. Danke hier auch an meinen Discord-Server, die mich nämlich aufgeklärt haben. Das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist kein Dardo, weil die Raketenwerfer hier an der Seite, die verleiten einen tatsächlich dazu, dass man das denken könnte. Aber das würde halt in diesem Trailer halt auch, wenn man dann einen Meter weiter denkt, auch keinen Sinn machen. Nein, es ist ein Stormer 30, sprich also ein entsprechendes Infantry-Fighting-Vehicle, ein Kampf-Unterstützungsfahrzeug. Der Briten ist, wenn ich es richtig gelesen habe und die Infos auf Wikipedia stimmen, ist das Ding noch ein Prototyp, von dem man jetzt noch nicht weiß, wann und ob der irgendwie mal irgendwo eingesetzt wird. Er hat auf jeden Fall eine 30-Millimeter-Kanone und zwei Raketenwerfer, einen links, einen rechts und die sind mit TOW-Raketen bewaffnet. So und hier auch, hier habt ihr es eben gerade auch gesehen, sehen wir auch hier einen T-72B von 1989 ist es, glaube ich. Auch der mit einem entsprechenden Schild unausgerüstet, beziehungsweise mit einer, dann nennen wir es mal, rudimentären Schaufel, um sich hier den Dreck aufzuschütten, damit er hier, wie hier schön zu sehen, Hulldown steht und die Wanne gedeckt ist, vor allen Dingen die Unterwanne, die ist bei den T-Modellen ja weich wie Butter, dass halt hier auch nur der Turm rausguckt. Also das finde ich schon extrem gut. Bedeutet zwar natürlich, dass wir uns wieder eine neue Taste belegen müssen, um halt eben das Räumschild oder die Schaufel oder wie auch immer runter und hoch fahren zu können, aber der Vorteil, der sich hieraus ergibt, gerade in offenen Karten, den finde ich sensationell. Und es kommt natürlich auch darauf an, kann ich es jetzt nur da machen, wo die Erde quasi locker ist, wie wir es jetzt zum Beispiel hier sehen, weil das ist ja hier so ein Feldweg, hier drüben, hier weiter oben ist es grün, ob man es überall machen kann oder tatsächlich nur da, wo halt eben die Erde locker ist, so wie auf diesem Feldweg hier. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es nur auf so lockerem Erdboden geht, aber das werden wir dann sehen, das werden wir mit Sicherheit auch alles auf dem Dev-Server testen können. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und fällt mir auch noch gerade ein, es gibt da eine, das gibt natürlich den russischen High-Tier-Panzern einen ziemlichen Vorteil gegenüber, wie man es hier jetzt auch sieht, den Abrams oder auch einem Leopard, weil die haben natürlich nicht die Möglichkeit, sich diesen Dreck vorne hochzuschaufeln als Deckung. Das ist natürlich ein ziemlicher Vorteil, den die russischen High-Tier-Fahrzeuge dann bekommen werden. Und das ist jetzt der Knaller für alle. Ich lasse es mal kurz auf euch wirken für eine Sekunde. So, genug gewirkt. Viele haben es sich ja schon gewünscht. Viele haben auch schon mindestens genauso lange danach geschrien, wie nach den Mardern. Und jetzt kommen sie endlich. Ihr seht sie hier, die Wiesel. Und zwar in allen Varianten, wie sie bei der Bundeswehr im Einsatz sind. Beziehungsweise waren, aber halt auch noch sind. Wir haben alle drei Versionen. Ganz vorne sehen wir die Version mit der 20mm Maschinenkanone. Wir sehen hinten links die Version mit der TOW, beziehungsweise die, ja, es ist eigentlich die Waffenträger-Version, ob nun Maschinenkanone oder TOW. Es ist da, also es ist je nachdem, wie es ausgerüstet ist, TOW. Und rechts oben sehen wir die Flugabwehr-Version, nämlich das Wiesel mit dem Waffensystem Ocelot. Und das Waffensystem Ocelot ist mit dem Flugabwehr-System, beziehungsweise mit der Rakete Stinger ausgerüstet. So, das ist natürlich eine ziemlich coole Sache. Insgesamt, also ich habe mal nachgeguckt auf der Seite der Bundeswehr und ich hoffe mal, dass Gaijin das so übernimmt. Insgesamt soll die Version des Ocelot acht Raketen mitführen können. Wir sehen hier auch, ich glaube, es sind insgesamt vier Raketen. Das heißt, zweimal voll bewaffnet. Hoffen wir mal, dass er wirklich mit Stinger kommt. Ich nehme es jetzt auch einfach mal an, aber wir wissen, Gaijin, man weiß es nie. Aber ich nehme mal stark an, dass das Ding auch mit Stinger-Raketen kommt. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Also ich denke mal, die Version mit der 20-Millimeter-Kanone, die wird so ein, ja, die wird schon ein Trollfahrzeug werden. Die Version des Ocelot, ich denke auch hier, wird das Ganze auch für die Flugabwehr, ja, relativ effektiv werden. Das Ding hat natürlich keine Panzerung. Reines Flakfahrzeug kann sich sonst auch nicht gegen Panzer wehren. Ja, muss man halt eben einfach sehen. Und vor allen Dingen muss man halt auch das BR dann mal abwarten von dem Ocelot-System, weil mit einer Stinger, das könnte schon relativ hoch sein, das BR. Die TOW-Version, TOW-Raketen kennen wir schon. Was ich bei der TOW-Version noch gelesen habe, es soll also auch einen Laser-Rangefinder haben und auch eine Nachtsicht, wenn ich es sogar richtig in Erinnerung habe, sogar mit Wärmebild, sprich also Thermal, bin ich mal gespannt, wo die Dinger im BR landen. Wir werden den ersten Ansatz dazu ja dann auf dem Dev-Server sehen. Das hier ist auf jeden Fall ja schon eine kleine Überraschung, dass die Wiesel jetzt hier kommen, dass sie irgendwann kommen werden. Das war ja schon auch irgendwie klar, wobei ja auch da die Meinungen auseinandergegangen sind, mit der 20mm Maschinenkanone kann man jetzt nicht so viel machen. Auch da kommt es dann drauf an, was sie für eine Munition bekommt. Aber gerade das Wiesel mit der 20mm Maschinenkanone, ja, wird man sehr, sehr gut als Spotting-Fahrzeug einsetzen können. Und da freut es mich, dass Gaijin auch solche Fahrzeuge bringt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Haut es mal gerne unten in die Kommentare. Ich finde es ganz geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber schauen wir mal, was noch so alles kommt. Ich denke mal, hier in dem Trailer haben wir jetzt noch nicht alles gesehen, von dem, was kommt. Also, mal eure Meinung gerne unten in die Kommentare reingehauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann natürlich wie immer einen Daumen nach unten. Bleibt ja wie immer euch überlassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.